ja da sind wir auch wieder bei grimm tales hurra auch da ist man schluck sonst hält man sich nicht aus was ist der grund für ihren alkoholabstoß grimm tales so hätten wir das schon die isabella und da ist der daniel wie hieß der daniel louisa gray aber das können wir jetzt einfach so rausnehmen und ja natürlich das geht jetzt auf einmal das mädchen hatte glück adoptiert zu werden aber ihre zukunft war nicht so gut ich werde ihr helfen das zu ändern ich brauche etwas scharfes wie eine rasierklinge ach so bogensehne a natürlich muss ich jetzt auf den boden bringen vorher kann ich nicht erreichen wahrscheinlich damit kleiner schlüssel ist ein pfeil drauf ich denke mal dass wir dann unten im munitions box rankommen ich brauche etwas dünnes und das schloss aufzubrechen also die rasierklinge schon wieder weggeschmissen natürlich hat doch hier an seinem hat doch jeder an seinem account strahne ja einfach mal ein köcher so wir haben jetzt eine armenbrust damit können wir wahrscheinlich isabella nein daniel nein so und dann fummeln wir daran in den jahren rum eine feile juhu ein werkzeug amulett endlich können wir es hier weg feilen oder man die sehen so wo konnten wir jetzt den blödsinn wieder einsetzen hier fehlt uns noch ein dingsbums hier wie heißt es im griff hier ist nur noch der griff werkzeug emblema hier können wir nichts mehr machen das heißt hier muss irgendwas sein da ist nichts mehr hier jetzt momentan jetzt hat mich dass ich das ist tatsächlich unter drinnen am besten auf isabella drauf ich belasse das jetzt einfach mal so unkommentiert das ist grimmthales logik balkongriff natürlich verwahr ich mit meinem balkongriff da oben auch auf auf eine abgeschlossene kiste irgendwo auf dem höchsten regal das ich finden kann ich habe elena grey immer geliebt wenn ich nicht gerade studiert habe schrieb ich ihr briefe aber sie antwortete nicht einmal auf einen von ihnen elena entschied sich für brandon ja wenn du halt auch ja naja also studiert damals wahrscheinlich hier den hut briefe da und einen haben wir irgendwo eine 1 oder so was da losing her love to brandon ruined my life i had dreamed of having a family but my interest in turn to black magic ihre liebe an brandon zu verlieren hat mein leben ruiniert ich hatte davon geträumt eine familie zu haben aber meine interessen wandelten sich bald der schwarzen magie zu alter hat bescheuerte einen bescheuerten grund um so einen blödsinn anzustellen äh 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 ich grimmthales was willst du erwarten so was haben wir denn jetzt hier hier familie ähm liebe magie 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 ähm 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 magie Einige Zeit später habe ich Isabella adoptiert. Ich brachte ihr die schwarze Magie bei, die ich gelernt hatte. Und sie wurde mein Leitstern. Alter, ey. Wir haben uns wieder verschmähte Liebe und dann kommt nur Scheiße dabei raus, ey. Nichts in der Birne, obwohl die hier so einen fetten Willen und alles haben. Aber wirklich rein gar nichts. So. Was haben wir an der Zeit? Isabella. Ich habe vor, mit meinen Untersuchungen das Schicksalsbild zu ändern, sodass sie ein guter Mensch wird. Auf diese Weise rette ich die Greis vor dem Fieber. So, Leitstern, da man. Als sie ein Kind war, fand Isabella mein Tagebuch und lernte, wie die Greis mich aus ihrem Leben verbannt und sich für immer zu unseren Feinden machten. Was ist denn das für ein Blödsinn, ey? Feind. Und jetzt noch das Tagebuch. Finde das Band. Ach, das Band. Nein, ist doch nicht das Band. Isabella warf ihrem Vater immer treu und liebte ihn. Als er starb, setzte sie seine Taten fort und wollte sich für ihn an die Greis rächen. Warum auch immer. Ich persönlich kann sowas als Klebewand. Alles klar. Ich persönlich kann sowas ja nie nachvollziehen. Wir sind jetzt los. Du hast es geschafft. Ich habe etwas, das wichtigste zu dir sagen. Ich habe etwas, das wichtigste zu dir sagen. Daniel und Isabella werden uns nicht allein lassen, wenn wir nicht aufhören nachzuforschen, aber ich werde mich nicht hinsetzen, so nichts tun. Neue Aufgabe, wecke Alice. Nein, sie ist jetzt im Wunderland. Wir lassen sie da jetzt. Ich würde gerne sehen, wie der Stammbaum der Greis wächst. Ich habe vor, nicht nur meine Enkelkinder, sondern auch meine Urenkel zu sehen. Wir müssen sicherstellen, dass Alice am Leben bleibt. Ich mag auf dieser Seite einsam sein, aber ich werde damit klarkommen. Nimm das. Wieso bist du bisher der einzigste verstorbene Greis oder was? Richard mag Alice mehr als mich. Wie hat sie das wohl verdient, frage ich mich. Indem sie wahrscheinlich noch junge, knackige 18 ist und du nicht. Isabella wird uns nicht alleine lassen, bis wir sie und Daniel aufhalten. Aber ich löse mich bereits auf. Ich weiß nicht, ob ich wieder Zeitreisen kann. Ich habe Fotos von Elena, meiner Cousine, mit Daniel und unseren alten Familienalbumen gesehen. Vielleicht können die Fotos uns einen Ende zu setzen. Es ist Zeit, die Frau meines Nerven zu besuchen und etwas über ihre Beziehung zu Daniel herauszufinden. Betrete Elena Greis Haus. Na dann wollen wir mal. Es ist Zeit, Elena zu besuchen und herauszufinden, was sie über Daniel weiß. Okay, keine neue Zwischensequenz. Ich hoffe, ich finde mehr Hinweise bei Elena, die Alice und mir dabei helfen, in die Vergangenheit zu reisen und alles wieder gut zu machen. Hier wird gar nichts mehr gut. Das ist ein Teufelskreis mit den Greis. Am besten sich dem unausweichenden Ende einfach stellen. Ja, natürlich. Ich habe eine Brosche, ich habe einen Magneten. Hier, ich schmeiße meine Batterien weg. Ich kann ihn mit einem lauten Geräusch verscheuchen. Hier ist ein Vogel. Wenn ich Werkzeug hätte. Ja, wir schmeißen ja mal alles sofort weg, weil wir es nicht mehr brauchen. So, jetzt ist noch ein Puzzleteil. Äh, pfff. Oh Gott, wenn ich das Auto da schon sehe. Allein das Auto hier durchs Fenster. Guckt, Alter, das reicht doch schon wieder. Ja, Mann, nee, zieh das raus, was auch immer das ist. Ich frage, will ich wissen, wie eine Trillerpfeife und ein Wolf in die Tanköffnung reinkommen? Will ich das wissen, wie das da reingekommen ist? Verbiss dich. So, dann hauen wir mal ja... Nein, können wir nicht. Oder ist das die Klingeltaste? Ah, natürlich. Nein, auch nicht. Warum sollte es auch so sein? So, Schraubenschlüssel haben wir weggeschmissen. Achso, weil wir das... Achso, was ist das? Brandons Schlüssel-Etui. Achso. Jetzt aber. Es ist doch einfach... Ich will nicht das schon wieder sehen. Brandona hat auch keiner... Da herrscht auch nur Chaos, obwohl er sogar eine Frau hat. Hier herrscht wirklich das blanke Chaos. So, was brauchen wir denn? Oh, hier hat Elena zum Beispiel auch ihre Handtasche irgendwo vergessen. So, was brauchen wir denn? Zwei Streichhölzer in dem Chaos. Hier, hier raucht sogar noch einer nebenbei. Also hat eine Zigarette im Auto angelassen und ist gegangen. Oder soll es eine Tasse Tee sein oder Kaffee? Weshalb auch immer, da eine Tasse warmer Kaffee scheinbar drin ist. Zwei Streichhölzer, Spielkarte, Sicherheitsnadel, eine Handtasche, Knotenfeder, Pfotenabdrücke, fünf Stück, Taschenuhr, Herz, Tabakpfeife, Computerchip und eine Banane. Ja. Die haben scheinbar auch einen Hund. Sonst hätten sie auch keine Pfotenabdrücke hier drin. Aber kommt, ein komischer Hund mit nur drei, äh, mit drei, äh, Fingern, sag ich mal. Eine Sicherheitsnadel. Ein Streichholz. Äh, die Pfeifer mal braucht. Die Spielkarte auch. Ja. Das Messer glitzert so komisch, so verfügbarisch. Den Schlüssel brauchen wir nicht. Hier ist die Banane. Ui, sieht schon etwas älter aus. Da sind noch mehr Streichhölzer. Äh, Knoten. Ah. Ich muss den Beutel mit Münzen füllen. Ja, natürlich muss ich das. Hier ist ein Handabdruck, aber der zählt nicht. Okay. Ah, ein Geld, zwei Geld und drei Geld. Und schon haben wir Elenas Handtasche. Da wissen wir auch, wer da eigentlich das Geld verdient. Nicht Brandon, sondern Elena. Ach, aber dann weiß ich nicht, warum sie ihr gemeinsames Auto, gehe ich mal von aus, so dann verschanden lassen. So stimmt es ja nicht mal bei mir aus. Äh, da ist auch noch ein Pfotenabdruck. Und noch eine Feder da. Findet den Schraubschlüssel. Dann können wir das abschrauben? Nein. Hier können wir nichts abschrauben. Aber hier können wir es abschrauben. Bumm, wieder weggeschmissen. Juhu. Hier brauchen wir Isolierband. Das haben wir, aber das können wir hier nicht benutzen, weil wir dafür spezielles, keine Ahnung, Band brauchen. Was haben wir denn jetzt hier? Ja, ein Schraubenschlüssel. Den brauchen wir nicht hier. Den brauchen wir. Äh, wo war es denn jetzt? Jacky Gray. Ja, wir nehmen einfach da das Kabel. Kein Problem. Guck mal, Technik am Werk. Alter, dass ich erst mal die ganze Technik wieder, äh, hier herstellen muss. Das ist, das ist like a gray. Alles hier do it yourself, Leute. Wozu, wozu alles in Stand halten, wenn alles kaputt gehen kann, dann kann er die Familie reparieren, wenn sie, wenn sie zu, zu Besuch kommen möchte. Oh. Na dann, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschau. Und dann, wir gehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.